Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Ja, wir gehen endlich in Saison Nummer 4. Ja, was heißt endlich? Wir konnten ja leider im letzten Spiel nicht aufsteigen und haben hier ja... Ich glaube, das habe ich alles in der letzten Folge gezeigt. Oder ich habe es alles danach privat gemacht. Wir gehen erstmal ins lokale Trainingslager, dann startet auch schon die Regionalliga-Saison und dann gehen wir hier einfach mal schauen, wie das läuft. Hier werde ich einmal die Jugendmannschaft nochmal ausmisten, das kennt ihr ja. Und dann gucken wir. Wir gehen jetzt erstmal generell selber in die Jugendmannschaft und schauen, haben wir das ein oder andere Talent gekriegt. Ich meine von der Scherke hier 54er, Peter Jepperson und Johannes Osterland optimal für die zweite Mannschaft. Die kriegen auch demnächst Verträge. Müssen wir mal gucken, vielleicht sogar schon früher. Dann haben wir so Talente. Sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Die zweite Mannschaft sieht auch stark aus. Da haben wir Eti Atec und Nyake. Die können sich auch wahrscheinlich noch hocharbeiten. Da werde ich auch demnächst mal die Trainingsziele einstellen. Die zweite Mannschaft sieht wie folgt aus. Da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Spieler. Aber mit Benjamin Herth haben sie ein einigermaßen ordentliches deutsches Talent für den Sturm. Dann haben wir Kilian Stoffer, Bayerich, Markus Müllers, Blazanovic. Wir haben Morea mit dem luxemburgischen Keeper. Kann man eventuell auch noch irgendwann mal aufbauen. Grüne Wald hier für die Rechtsverteidigung 59er Stärke sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Aber wenn ich für Herth eventuell eine Leihstation finde, werde ich das machen. Und für Markus Möller. Kilian Stoffers ist leider, ja, das wird leider nichts, denke ich mir. Da habe ich zu früh gehandelt mit dem jungen Mann. Oder ich finde wirklich eine Station, wo er spielen kann. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber Möller ist mit der 50. Da kann ich ruhig mit leben. Mit Grüne Wald und Herth denke ich schon, dass das was werden könnte. Wir müssen jetzt selber aber erstmal in unsere erste Mannschaft gucken, wenn man sich die Position anguckt. Wir haben einen Keeper. Wir brauchen noch eine Nummer 2. Weil, ja, unser anderer ist ja weg. Wir haben einen Linksverteidiger, da brauchen wir Nummer 2. Rechtsverteidiger geht auch noch klar. Da haben wir Großkreuz noch auf der Bank. Innenverteidiger brauchen wir eventuell auch noch eine Verstärkung. Wir haben ja jetzt Orte gekriegt. Das kennen wir ja. Defensives Mittelfeld haben wir Wagner, da brauchen wir auch noch ein Backup. Für Icinshu brauchen wir noch ein Backup. Dann haben wir rechts außen Ossitalo und Bierschenk. Da wollte ich Ossitalo ja verleihen und mir rechts außen was holen. Hedver ist Backup für alles gefühlt. Dann haben wir links außen Mango und Jürgensen. Da wollte ich Jürgensen verleihen und vielleicht was richtiges holen für Mango. Obwohl Mango ziemlich stark ist. Vielleicht bleiben wir auch dabei. Und im Sturm sind wir halt gut aufgestellt mit der Winzige und Klarna. Hedver ist ja mehr das Backup für Mireles. Aber wir müssen erstmal gucken, was wir kriegen können. Ich habe hier erstmal ein bisschen verschoben. Die Finanzen, sonstiges haben wir 4 Millionen Baukosten, können wir gar nichts machen. 5,7 Millionen haben wir. Wir haben nicht viel Gehalt und wir haben eigentlich gar nichts. Deswegen schauen wir jetzt erstmal direkt rein in die Kooperationsverträge. Wen wir da so haben. Wir hätten die 65er mit Kiel Werten. 45.000 würde er Gehalt kriegen. Das wäre natürlich auch schon optimal. Und da hätten wir hier noch Links außen, Mietzern. 105.000 Gehalt. Kennen die mit Leben. Den spielen lassen und Mango immer wieder rankommen lassen. Dann hätten wir unseren Links außen optimal eingesetzt. Leihanfrage. Ja. Gut. Und jetzt bei Dortmund. Da haben wir auch noch Gülpürz. Deutschtürke. 55.000 Gehalt. Und bei dir. Bei Rindir. Den will ich erstmal fertig scouten. Damit ich weiß, wie sie sind. Du kannst das scouten. Und ich glaube, ich lasse Kirchhoff jetzt auch das scouten. Weil wir können keine Türken verpflichten, solange wir nicht in der ersten Liga sind. Das ist das Problem. So will ich das machen. Und dann gehen wir nochmal in die erste Mannschaft. Natürlich. Wir wollen ja dann dadurch Jürgensen die Möglichkeit geben. Transferstatus. Zur Laie. Und dann suchen wir ihn einen gescheiten Klub aus. Aus der Oberliga. Gehen wir Oberliga Niedersachsen. Eintracht Zelle. Links außen haben sie Robert. 50. Dann haben sie den nochmal für 50. Also da werden sie auf jeden Fall stark besetzt bei Eintracht Zelle. Und Eintracht Zelle ist dritter. Aber Blau-Weiß-Parten muss ich auch noch da. Die sind von der Mannschaftsstärke erster sogar. Links außen haben sie gar keinen. Die spielen auch gar nicht mit links außen, oder? Die spielen mit Fünferkette. Dann defensiv ist Händler. Transal. Zentral. Okay. Krass. Dann würde ich sagen, wir bieten ihn Zelle an. Ist interessiert. Nice one. Und wir holen uns einen Mizzan. Der natürlich eine Stufe schwächer ist. Aber egal. Kann ich wahrscheinlich. Eine sehr, sehr starke Geschwindigkeit. Da kann ich wahrscheinlich sehr gut mitarbeiten. Herzlich willkommen im Team. Wir müssen halt schauen. Wir müssen halt wirklich schauen, was wir aufbauen können. Mereles ist jetzt mittlerweile optimal. 800.000. Was ist mit dir? Willst du jetzt deinen Vertrag verlängern oder nicht? Ja, er würde verlängern. Perfekt. Du wirst in der Regel spielen. Fünf Jahre. Fünf Jahre ist dir zu viel. Drei Jahre. Option. Vier Prozent. Na ja, schick das zu gehen. Naja, du bist. Du bist. Wahre Spieler. Aber ich kann es dir halt nicht versprechen, dass du es bleibst. Wir geben dir nochmal ein bisschen Handgeld. Sag mir mal so. Kriegst du ein ordentliches Sümmchen. 25.000 und 50.000 Jahre ist geil für drei Jahre. Mal sehen, ob er das annimmt. Seine Moral ist unglücklich. Warum? Ich habe keine Ahnung. Old Schaul ist noch verlängert. Wie sieht das eigentlich aus? Verträge. Diese Saison. Was läuft aus? Ichin Schuhe läuft aus. Mizan läuft aus. Ja, Hedware und so. Das brauche ich jetzt aktuell nicht verlängern. Planak vielleicht. Müssten wir schauen. Weil der noch jung ist. Da kann man gucken, ob man den vielleicht in der zweiten Mannschaft dann einsetzt. Von der Stärke, wenn wir aufsteigen sollten. Oder er setzt sich halt dieses Jahr gegen Slavinsky durch. Hätten wir auch eventuell Ichin Schuhe. Müssen wir gucken. Wenn ich nicht was Besseres finde. Dann gehen wir mal in den Transfermarkt. Wir haben hier Ohrjahn. 20-jährigen Franzosen. 1,68 Meter groß. Hast du vergessen für diese Position. Kannst du vergessen. Dann haben wir noch Pandor. 1,92 Meter. Torhüter. Grundstärke 65. 24 Jahre alt. Hollerspeck. Olympique Lyon. Ist ja auch noch die pure Erfahrung. Aber wir wollen. Wir gehen erstmal ins Blickfeld. Ist hier ein Blickfeld irgendwas ohne Verein jetzt geworden? Wir haben Golding verhandelt. Oh, mit dem verhandeln wir sogar schon. Interessant. Lukas Roman. Hätten wir da auch noch stehen. Die sind ja alle bei uns in der Liste. Das ist das Gute. Linus Zimmer. Ja, da haben wir durch. Polster. Andrade. Luis Podolsky. 1,80 Meter. Rechtsverteidiger. Linker Verteidiger. Kann man mit arbeiten. Könnte man mit arbeiten. Aber wir sind da ja erstmal gut besetzt. Wir sind da ja erstmal gut besetzt. Wir gehen jetzt erstmal auf das hier. Vertrags-Status. Realistische Transfers. Vereinslos. Und mindestens 65er müssen das sein. Ja, okay. Da werden uns schon einige vorgeschlagen. Wir gehen dann mal auf die Torhüter-Position. Was kriegen wir da? Ablösefrei. Du Bravka einfach. Champions League Erfahrung. Das wäre aber direkt schon wieder gegen Bredlow. Gegen Bredlow wäre das. Wir haben hier so viele Spieler. Ich gehe mal wieder scouten. Ich scoute sie einfach mal. So, dann linksverteidiger Ersatzspieler. Räuchte ich auch. Oh, ja. Da hätten wir sogar einen Stammspieler-Potenzial. Wir müssen halt fleißig scouten. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Liste hier bearbeiten. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich sie fertig habe. Und dann gehe ich schon mal weiter, wenn der erste Transfer kommt. Also bis gleich. Damit haben wir einen alten Bekannten zurück an alter Wirkungsstätte geholt. Wir haben Tarek Buchmann ausgeliehen von Freiburgs Zweiten. Ich glaube, ich habe irgendwie... Was habe ich nochmal bezahlt für den? 150.000 oder 400.000... 150.000 Leihgebühren. Und eine Kaufoption von 1,5 Millionen. Nimm die an. Und das habe ich jetzt nur gemacht, weil... Dingster weg will. Ich weiß gerade gar nicht, wo der ist. Wo ist er? Da habe ich den in die zweite Mannschaft gesteckt. David Lell will weg. Weißt du, warum habe ich den in die zweite Mannschaft gesteckt? Er wird nicht verlängern. Er hat mein Vertragsangebot für die Verlängerung abgelehnt. Und deswegen habe ich jetzt Buchmann wieder hergeholt und unsere Mannschaft um einiges verstellen. Möllers habe ich jetzt erstmal reingemacht. Eventuell gehen wir mit Ilchinchu und Möllers in die Saison mal versuchen, Möllers aufzubauen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Er steht auch jetzt direkt unter Vertrag. Da kann ich auch mal direkt sagen, herzlich willkommen im Team. Also die Kader-Vorbereitung, die Kaderplanung gehen schletten voran. Wir haben immer noch keinen Ersatzkeeper. Brettler ist momentan nicht in Form. Also bis jetzt ist er nicht das, was ich mir wünsche. Obwohl er optimal ist, ist er immer noch nicht das, was ich mir komplett wünsche. Und wir scouten halt fleißig weiter. Wenn das nächste spannende Szenario passiert, dann sehen wir uns gleich. So, bis jetzt ist nichts großartig passiert. Nur ein Wechsel, den ich euch gleich zeigen werde. Aber laut der Stärketabelle sind wir auf den ersten Platz in der Liga. Und das wollen wir natürlich auch machen. Ron-Robert Zieler habe ich als zweiten Keeper aus der Korn. Aber er will nicht kommen, für das, was ich ihm angeboten habe. Und jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, was passiert ist. Wir haben nämlich Buchmann ja, das wisst ihr ja, geholt. Ortel und Mietzahn sind ja auch gekommen. Ich habe, glaube ich, gar nicht mit gereden. Und der David Lell ist für 1,3 Millionen nach Heidenheim gewechselt. Das heißt, ich habe auch einen Kredit aufgenommen von 5 Millionen, damit wir gleich ein bisschen in die Infrastruktur stecken können und halt ein bisschen noch in den Transferverein. Ich werde den Inhalt von 6 Jahren zurückzahlen. Und dann müssen wir halt mal schauen, wie sich das gibt, damit wir halt noch Spieler kaufen können. Weil unsere Mannschaft ist noch längst nicht fertig. Klanak will auch nicht mehr verlängern. Das ist seine letzte Saison, da habe ich auch gerade ein Angebot genommen. Ich bin halt fleißig am Scouten, aber mehr kann ich aktuell nicht machen. Mehr kann ich wirklich aktuell nicht machen. Ich könnte noch Circus holen. 19 Jahre. Er sieht ja schon mal ziemlich nice aus mit einer 65, wenn das so bleibt. Circus wird auch jetzt noch fertig gescoutet. Müssen wir schauen. Vielleicht holen wir ihn und dann wird er die Nummer 1. Dann haben wir noch Oliver Mubana als zentraler Mittelfeldspieler. Aber da verhandeln wir ich momentan auch mit einem anderen. Müssen wir halt mal schauen, weil er wäre natürlich optimal, wenn er so bleibt. Das wird auch noch in den nächsten zwei Karten. Und ein Nubi, da müssen wir auch noch gucken, so als Innenverteidiger. Hoffentlich wird er noch stärker, weil der junge Belgier wäre auch für die Breite halt. Bis jetzt sieht die Mannschaft aber stark aus. Man kann sich nicht beschweren wirklich. Wir haben halt wirklich nur einen Ersatzkeeper. Wir sind wirklich perfekt von der Größe her. Aber uns fehlt halt dieser eine Ersatzkeeper. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hier so gucken. Nehmen wir ihn hoch. In den Kader berufen. Jetzt für zwei Wochen kommt der Junioren-Spieler. Damit wir die vollständige Mannschaft haben. Wir haben noch Nachrichten. Paul Meiner. Nein, ich will jetzt momentan nicht mit euch verhandeln. Wir gehen erstmal weiter. Aber das könnte sehr interessant werden mit diesem Keeper. Aber der könnte Brettlo wirklich den Rang ablaufen, wenn er halbwegs ordentlich ist. Weil Brettlo ist ja auch momentan nicht in Form. Müssen wir mal schauen. Klar, naja, da habe ich 800.000 gerade angenommen. Da müssen wir schauen. Jetzt haben wir erstmal als Ersatzstürmer für Klarna. Kretz von Rot-Weiß Koblenz. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit, weil wir gleich in das erste Spiel gehen. Und ich bin jetzt schon bei, keine Ahnung, gefühlt 100 Stunden am Aufnehmen. 50.000. Ja komm, wir bieten dir sogar 70.000 Vertrag. Und du kriegst noch 5.000 auf die Hand, würde ich sagen. Kannst dir einen Gebrauchwagen kaufen. Kannst du Slavinsky ein bisschen Konkurrenz machen. Oder wir gehen irgendwann mal auf 2-Stürmer. Wer weiß. Wer weiß. Aber vorher müssen wir jetzt erstmal unser Debüt. Also unser erstes Spiel. Debüt. Unser erstes Spiel hier in der Liga gegen Wiedenbrück gewinnen. Und da gehen wir auch direkt rein. Ja, gegen... Och meine Güte. Es ist so... Kieler Stoffers ist auch verletzt. Kretz wurde akzeptiert. Wir gehen rein in die Partie gegen SC Wiedenbrück. Sofortberechnung. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Ich drehe das hier nochmal ein bisschen zurück. Und dann gehen wir rein in unseren ersten Spieltag. Und dieses Jahr gibt es Aufstieg oder nichts. Es gibt nur den Aufstieg für uns. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und es gibt kein Wenn und Aber. Ich will keine Niederlage in der ganzen Saison haben. Außer am DFB-Pokal, das ist was anderes. Da spielen wir ja gegen... Ich habe vergessen, gegen wen wir spielen. Direkt gegen Frankfurt, glaube ich, war das, ne? So. Wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit. Wir haben jetzt 2,0. 2,5. Und motivieren mal die Offensive ein bisschen. Wir haben keinen Masseur mehr. Da muss ich noch jemanden einstellen. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Entschuldigt aber. Meine Stimme ist gerade weg gewesen. So, die restlichen Spieler machen sich warm. Was heißt die restlichen Spiele? Alle Spieler machen sich warm. Wir gehen gegen Ende. Klarna kommt rein. Wir bringen Ussitalo nochmal. Und Mango. Mitzan kommt auch nicht wirklich ins Spiel. Das heißt, ich habe noch Headwear. Den bringe ich rein für Mireles. Und dann hoffen wir einfach auf das Beste. Die letzten 10 Minuten. Bis jetzt das erste Spiel. Wir schießen einfach kein Tor. Und wir spielen nur unentschieden. Dafür, dass wir jedes Spiel gewinnen wollten. Besser kann es nicht laufen. Besser kann es nicht laufen. Scholl ist Spieler des Spiels. Und wir landen auf den 9. Tabellenplatz. Da Baumberg 0-0 gegen Sprockhövel spielt. Gladbach 5-1 gegen Böbingenhausen. Ach, Gladbach 2. Das wird unser Problem dieses Jahr, denke ich. Wuppertaler SV 0-1 gegen Fortuna Köln. 50.000 unseren Ersatzgold. Bis 2030. Fünf Jahresvertrag Niklas Igretz. Wir werden natürlich auf der Website vorgestellt. Ja, wir nehmen diese Angebote an. Und wir reden erst mal hier mit dem jungen Mann. Herzlich willkommen im Team. Ich hoffe, du bist hier glücklich. Und schauen wir mal, wie er einstellt. Ich habe das Herd erst mal hochgeholt. Kurz. Unseren jungen Stürmer da von der zweiten. Er soll dieses Jahr noch in der zweiten spielen. Und nächst gucken, ob wir den zwischendurch mal hochziehen. Und dann einfach mal gucken. Und Kretz. Ist 1,85 Meter groß. 19 Jahre. Könnte wirklich so ein ganz klein bisschen. Slavinsky sogar rein theoretisch den Rang ablaufen. Wenn Slavinsky nicht in Form ist. Er hat momentan eine 8. Er hat eine Grundstärke von 64. Müssen wir mal schauen, wer gegen Schalke 2 spielt. So. Weiter geht es dann mit den Scout-Berichten. Und was sonst noch alles auf uns zukommt. Nubia 62er. Wir brauchen noch so ein... Ich glaube, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, wir brauchen noch so einen richtigen Banger hierfür. Ich meine, Wagner ist okay. Da kann man auch vielleicht nochmal gucken. Bierschenk, ja, rechts außen auch nochmal was. Wir müssen halt wirklich... Es ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig, hier was Gescheites zu finden. Weil, ja, wie soll ich sagen. Kanek Pandor. 1,92 Meter. Grundstärke von 75. Der 65. Wäre natürlich optimal. Ich würde zu brav gerade den Rang ablaufen. Aber es... Entschuldigt. Es werden halt noch weiter Leute gescoutet, ne? Das ist das Ding. Es werden halt weiter Leute gescoutet. Und wir müssen halt wirklich gucken, dass wir das Richtige kriegen für das, was wir... Für das Geld, was wir haben. Wir brauchen auch noch einen Sechser. Wenn ich da noch was Gutes kriege, muss ich schauen. Wir haben hier... Ich kann den Namen gar nicht richtig aussprechen. Deswegen lasse ich es lieber, bevor ich jemanden verletze. Dann Zidoschuk. Ja, das sind aber so Ältere. Ich will lieber auf was Jüngeres setzen können. So, was ist denn das Jüngste, was uns angeboten wird? Hier, Benas Goni von... Ne, was ist voll gescoutet? Wir haben nichts voll gescoutetes. Ich gehe mal auf Bekanntheit 10. Und dann alle. 70er und alle. Wir haben nichts fertig gescoutet. 66er. Da haben wir ein paar. Da haben wir ein paar. Und das Jüngste hier ist ein Noah Soko von Bövinghausen. Und mit denen verhandle ich gerade nichts. Verhandle ich gerade mit jemand anderem. Dann haben wir noch hier... Lubik von Augsburg. Wäre natürlich auch nochmal was. Dann haben wir Bas von Rot-Weiß-Aalen. Warte. Können wir nicht auf... Dingster-Boomster gehen? Wie hieß er nochmal? Okay, Lokomotive Leipzig. Isar Dukkant. Ist auch nicht schlecht. Hier gehen wir positionsmäßig. Torhüter. Verhandle ich momentan mit einem Torhüter? Ich weiß es gar nicht mehr. Grünewald. Nein. Wir haben aktuell unseren zweiten. Ich glaube, wir gehen mit dem jungen Polen. Der steht bei uns schon lange auf der Liste. Ist 1,90 Meter groß. Schnelligkeit 84. Und das liebe ich. Und ich schätze mal, wir kriegen ihn für gutes Geld. Aber wir können das auch anders machen. Er hat einen Marktwert von 330.000. Er kann nur kaufen, weil sein Vertrag ausläuft nach dieser Saison. Aber die wollen, Alter, die wollen Cash haben. Er wollte mich verarschen. Ich muss da mindestens 1,4 Millionen für hinblättern. Er könnte mich kreuzweise. Ehrlich jetzt. Ohne Scheiß. Er könnte mich kreuzweise. Damit haben wir unseren zentralen Mittelfeldspieler kurz vor dem Gelsenkirchen-Spiel gegen Schalke 2. Wir spielen in Gelsenkirchen, ne? Ja, meine ich doch. Kurz vor dem Spiel in Gelsenkirchen gegen Schalke 2 kommt Maxim Artemjev für 550.000 zu uns. Drücken Nummer 17, akzeptieren. Website wieder vorgeschlagen. Oh, 16 Jahre, 79, 69, 39, 69. Nein, brauchen wir nicht. Ja. Komm, wir müssen nicht alles verkaufen. Erstmal hier. Herzlich willkommen im Team. Du bist ja glücklich, ist aber auch direkt verletzt der Spieler. Noch besseres Leben. Hat eine Grundstärke von 62 und wird in Chinshu wahrscheinlich früh den Rang ablaufen. Da müssen wir mal schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Wir gehen erstmal weiter. Vielleicht kommt noch was. Ich habe ein paar Verträge, paar Angebote gemacht, damit wir einfach den Kader vollkriegen. Aber halt noch nicht dumme. Wir wollen aggressiv gehen. Wir hatten mit der Mango verlängert um zwei Jahre. Das finde ich sehr gut. Einer fragt, ob der Sturm für ausreichend ist. Neutral. Der ist mit dem Aufstieg, glaubt Zustimmung. Da werde ich alles für geben. Die Mannschaft ist total überleitert. Ablehnung. Gutes. Guter Tag. So. Ich hoffe, dass hier jetzt vor Schalke nochmal einer kommt. Müssen wir schauen. Oder halt wenigstens dieser hässliche Rechtsverteidiger weg geht endlich. Das wäre so wichtig für mich, dass dieser Sack weg geht. So, aber irgendjemand hat noch ein Vertragangebot angenommen. Luka Griebisch. Als 62er offensiv war er ein Mittelfeldspieler. Kann zentrales Mittelfeld spielen. Kann links außen spielen. Kann rechts außen spielen. Das ist wirklich ein Allrounder. Der kam von Wolfsburg, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann ich ja gucken. Wir mussten ja bestimmt eine Ausbildungsentschädigung bezahlen. Ausbildungsentschädigung an Werder Bremen. Da kam er. Lukas Griebisch. Kann uns vielleicht auch nochmal in der Breite weiterhelfen. Also es geht weiter. Hedware kommt damit auf die Bank. Dann haben wir Heers als Ersatzstürmer für Kretz. Kretz darf auch starten gegen Schalke. Dann haben wir Griebisch, der für Mereles und Uchinschü reinkommen kann. Ja, Artemjev ist halt Wechselspieler. Und Hedware kann dann auch. So langsam aber sicher wird die Breite. Das einzige Problem, was wir halt noch haben, ist die Keeper-Position. Er will nicht wirklich sich entwickeln. Er ist zwar natürlich optimal. Finde ich immer noch optimal, den Keeper. Aber wenn wir was Gescheites kriegen, dann müssen wir das Gescheite auch holen. Dann müssen wir das Gescheite auch holen. Yannick Pandor. Ja, wir verhandeln mit wem? Ich habe halt schon wieder vergessen, mit wem wir alles verhandeln. Mit Nubi und Muvana nochmal für die Breite. Zentrales Mittelfeld. Aber da kann ich rausgehen. Angebot zurückziehen. Da haben wir jetzt unseren Spieler gekriegt. Ich dachte, der kommt nicht. Da müssen wir mal gucken. So, was mit Scout-Berechten. Ist noch ein neuer Keeper gescoutet worden. Max Weiss scouten sie aktuell. Kevin Keben im Verteidiger. Spielt da. Hat eine Grundstärke. Ne, ist noch nicht voll gescoutet. Aber Troubulus ist gescoutet. 21 Grundstärke 60. Wir kriegen halt nicht das, was wir brauchen. Wir kriegen halt nicht wirklich das, was wir brauchen. Das ist das Problem. Wir haben hier nochmal Robin Krause, dann Goralski, Deming, Marlon Frey. Ja, für das Zentrales Mittel verbrauche ich jetzt erstmal nicht rechts außen. Wir haben mir auch nochmal lieber was Gescheites zu holen. Aber wir kriegen halt nichts. Das ist das Ding. Ich könnte nur bei Dortmund nachgucken. Könnte auch mal gucken hier. Erste Liga. Zweite Mannschaften. Vielleicht ist da noch der ein oder andere, wo wir sagen können, okay, nice. Da kann man vielleicht reingehen. Justin Deal. Bauangebot. Möchte nicht zu uns wechseln. So. Wir gehen mal bei Bayern rein. Bayern haben sie Grafen. Okay, da ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ersten ist da. Jetzt haben wir mal Nuba. Jesse Junior. Iron Ibrahimovic haben sie hier. Nein. Also bei Dortmund bei Bayern können wir vergessen. Amiri haben sie einfach darunter. Hat sie einfach so krass degradiert. Und wahrscheinlich, weil er verletzt war. Mitchell Baka. Auch Noah Pesch. Da haben sie nichts. Bei links auf uns. Jetzt haben wir jetzt hier die zweite Mannschaft von Dortmund. Da haben wir Prinz. Natürlich Prinz Anning. Er ist natürlich optimal für die Linksverteidigung. Aber Kaufangebot. Er hält uns nicht für attraktiv genug. So. Jadon Braff. Aufangebot. Freiste zurück. Ich nehme dich mal ins... Ah, ich hab dich im Blickfeld gehabt. Hab dich im Blickfeld gehabt. So. Dann haben wir Paris Bruna. Ja. Joe Campbell. Auch nicht. Bei den Leipzigern haben die da noch was. Hartmann. Auch nicht wirklich. Wolfsburg. Habt ihr noch irgendwie was, wo ich sagen muss, okay, da schlage ich lieber nochmal zu. Tiano Diallo. Nehmen wir mal wieder scouten. Nehmen wir mal mit. Dann Freiburg. Ist auch nicht wirklich was. Doch hier. Rö. Rö. 390.000. Okay, der würde nur kaufen, weil der Vertrag ausläuft. Köln. Das sind die. Da waren wir gerade. Bei Mainz. nico bruder bei hertha haben wir ein zoner aber das sind auch alles nur so finger wo man vielleicht das richtige holt so hier haben wir noch mal henrik schall auf angebot könnte sich sogar ein wechsel zu uns vorstellen okay aber da müsste ich wieder zu tief in die tasche greifen da müsste ich viel zu tief in die tasche greifen ja da ist auch nichts wirklich dabei bei augsburg vielleicht kicke top hier ok sieht man schon mal nice aus lasse günther will dann wollen die nicht an uns verleihen schade er ist 28 das zu alt für eine laie finde ich persönlich außer ich würde ihn kaufen wollen dann kann man darüber nachdenken weil glattbach ist auch nichts wirklich bei union auch nicht bei hannover vielleicht justin butler bei schalke dominik rexler oder gechter bulut die ring bei darmstadt auch nicht und bei frankfurt vielleicht bei frankfurt könnte mir so kann ich mir sogar vorstellen hier sie alleine der linksverteidiger ja die wollen alle nicht paul wanner jungen aber nur boot das war klar das heißt ich meine ich hätte nicht gekauft ich wollte nur gucken ob es geht ich wollte halt wirklich nur gucken ob es geht ewige zweite liga bedauerlicherweise und hier schaffen sie es auch nicht wirklich hoch haben wir hamburg da haben sie vol de natürlich gar sie erste mannschaft ja ich glaube ich muss ich muss halt weiter scouten ich muss halt wirklich einfach weiter scouten wir können mal hier unser blickfeld ich werde gleich mal unser blickfeld hier ausmisten alle unter 65 werde ich einfach raus schmeißen und gucken mal ob wir da nicht noch mal was haben wie zum beispiel posanovic tasos tasov glabi oder roman müssen wir halt einfach mal schauen wie sich das hier alles entwickelt so wir gehen jetzt erst mal rein in die partie mit dem debüt stürmer mit krebs vorne drin gegen die schalker zwei kämpft um jeden ball wir müssen endlich die ersten punkte einfahren wir haben noch kein gegentor kassiert aber auch selber noch keins geschossen ohne gegentore kann ich damit weiter leben aber wir müssen halt hier endlich mal was machen 20 minuten sind bis jetzt gespielt bis jetzt kommen wir wieder nicht richtig in fahrt krebs bierschenk und misan ja misan kommt nicht wirklich rein also er macht nicht wirklich so wie man sich das wünscht obwohl er jetzt gerade gut im spiel ist aber krebs auch nicht wirklich er ist halt neue mannschaft wieder regionalliga obwohl wir die stärkste mannschaft sind stets wieder nur noch 00 spieler gespräche wir motivieren mal hier einmal die offensive die 2,0 hier werden wir natürlich loben das ist klar und dann haben wir alle vierer motiviert der zweiten manche halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnt das ding kommen keine ausrede buchmann mit der gelben karte orte gibt sein debüt für uns da winski kommt rein für krebs und usitalo kommt rein für bierschenk und krebs gibt sein debüt hoffentlich können die es jetzt reißen oder spielen wir wieder einfach 00 ich will nicht schon wieder ihr könnt doch mal ein tor schießen was ist da los jetzt erste saison spiel kein tor zu hause und jetzt auch noch auswärts mal wollen wir keine tore mehr schießen kommt schon jungs wir sind in der schlussphase noch acht minuten zu spielen offiziell ein lucky punch ich will nicht die saison starten mit zwei unentschieden usitalo ja usitalo der so wichtige finnländer finde ja das war finden das kommt aus finnland ja 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 ich habe mich jetzt nicht vertan ich habe mich jetzt nicht vertan usitalo du kommst aus finnland ja ich doch ich glaube ich glaube das wird dieses jahr usitalos ja er hat unser erstes tor in dieser saison geschossen wir gucken statistiken an wir haben vier zu fünf chancen das ist viel zu wenig aber egal wir gucken uns die anderen ergebnisse an westfalia riedland 00 gegen wuppertal rotweiß ahlen 13 gegen baumberg steinbacher ja 32 gegen köln 2 wienbrück 30 gegen hast du noch köln 0 1 gegen gladbach zwei bürwinghausen 1 0 gegen rotweiß essen sprockhövel 1 1 gegen oberhausen und schwarz weiß essen 5 1 gegen vfb hilden spieltag statistik wir schauen von uns ist ortel drin ok nice wie das tag ist aber elvis lindquist gg hier würde ich aber auch erstmal die heutige folge beenden ich glaube ich bin jetzt bei zwei stunden rohschnitt gefühlt weil ich so viel mit den transfers gemacht habe wir sehen uns dann freitag wahrscheinlich wieder wenn ich was dazwischen kommt und ich hoffe dass wir das machen dann gehen wir in der nächsten folge auch direkt in den pokal gegen eintracht frankfurt ich bin gespannt die pokalspiele will ich in 3d zeigen da gehen wir mit rein habe ich bock darauf werde ich auch mit der ko runde der champions league machen oder europa league damit da drin sind oder halt wir werden die spiele generell einfach komplett in 3d in 1 zeigen ich bin gespannt wie das dann ablaufen wird wir gehen rein dann in die pause in rein wir gehen nichts rein ich bedanke mich für zuschauer wenn es euch gefallen hat das eine bewertung da bis zum nächsten mal haut rein lasst ein abo da und ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen vibe viele wann connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich habe kein interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber lasst